Der Höfliche und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank Hohenloerland. Wir saßen schon mal mit Manuel Walch zusammen. Damals haben wir über das Bergschaletdorf gesprochen, wo der Manuel Geschäftsführer ist. Und heute sprechen wir über Manuels Vision, Mavis Skis. Er macht eigene Skis, er ist einer der ersten Skibauer in Tirol, soweit ich das gelesen habe, wenn es stimmt. Du wirst gleich richtig sagen, aber vielleicht stell dich doch nochmal kurz vor, wer bist du und wie kam es dazu, dass du Skibautechniker bist? Ja, hallo. Ihr habt ja schon mal was von mir gehört. Und wo bin ich denn? Ich war Hüttenwirt, hatte dann die Schnauze voll. Irgendwann denkst du dir mal, ich mache es schon so lange, ich will was anderes machen. Ich habe dann aufgehört als Hüttenwirt und war mir eigentlich gar nicht klar darüber, was ich machen will. Ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt ein Jahr Auszeit, also ja auch, aber nicht nur, weil ich es jetzt brauche, weil so nach so einer Saison bist du echt fertig. Das war eine große, große Hütte mit 13.000 Übernachtungen im Sommer in vier Monaten. Und so schön es ist, also ich habe angefangen dort mit 4.000 Übernachtungen, knapp fünf. Und das ist dann in Mitte Jahren, in 17 Jahren ist es hoch und hoch und hoch. Und das Feine, Schöne, das es vorher gehabt hat, das immer so ein bisschen Abenteuer war und kumpelhaft, ist dann ausgeartet in, du musst funktionieren und alles perfekt durchorganisiert haben. Was in dem Sinne echt cool ist auch, weil du bist dann froh und sagst, oder ja, stolz, weiß nicht, du hast das gemeistert. Mit deinem Team und, aber die Grundessenz, wo ich sage, so möchte ich leben, die war nicht mehr da. Ich habe immer gesagt, wenn ich den Job nur noch ein bisschen Geld mache, dann muss ich es lassen, weil wenn das Herzblut nicht dabei ist, machst du, glaube ich, keinen Job richtig gut. Und da war ich schon definitiv dann in so einer Phase, ich sage jetzt mal, nicht nur, dass man es wegen Geld macht, man ist es gewohnt, man kann es und man macht es, weil man sagt, ach du, wieso soll ich da nicht weitermachen? Aber es waren schon so auch körperliche Anzeichen da, Gürtelrosie habe ich mir gehabt, wo ich dann gesagt habe, nein, der Sinn ist weg, definitiv. So schön es ist und die Leute fragen immer, geht da nicht die Hütte ab? Ja, die Hütte der Vorstellung, des Schönen, wie es früher war und die Landschaft, die so hammermäßig ist. Also Memminger Hütte, schaut es euch an, geht es hin, es ist echt brutal cool, wenn auf der Hütte nicht viel los ist. Juni und September. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für die Memminger Hütte, weil die ist echt ein Hammerplatz. Und ja, dann das Neue. Ich habe gesagt, ich habe schon ewig keinen Sommer mehr gehabt, schon eigentlich nicht nur die 17 Jahre, sondern auch davor. Da war ich beim Opa auf derselben Hütte. Lass uns mal den Sommer genießen, auch mit den Kindern, die klein sind. Und ja, habe das Jahr rumgehen lassen und dann war mir immer noch nicht ganz klar, was ich mache. Und bin dann über Ski-Bau gestolpert, weil ich habe schon Skateboards gebaut, für mich so das alles, also nicht erwähnenswert, weil es nicht wahnsinnig cool oder schön war dann schlussendlich. Man war zwar selber stolz, aber dann bricht es und dann sagt man, ach ja klar, das Brett war scheiße. Und ich habe mal ein wunderschönes Wakeboard gebaut, das ich immer noch habe. Die Vorstellung war bei uns im Lech ein Seil zu spannen an der Brücke und dann spüren wir da rum. Und wie ich dann fertig war mit dem schönen Brett, das ich von Hand nicht gehobelt, sondern geschliffen habe, einfach mit einer kleinen Schleifmaschine und Finnen dran gebaut habe, die ich aus Hartholz gebaut habe und das Ganze angemalt und lackiert habe und viel Arbeit reingesteckt habe, habe ich dann irgendwie wieder vorgeschaut und gesagt, oh Gott, wenn ich das Ding benutze, die Faser geht von vorne nach hinten durch. Das reißen wir beim ersten Mal. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, Skifahren würde ich gerne, Snowboarden damals noch lieber, aber Skibau wäre cool. Weil ich habe da gesehen, es gibt Kurse, wo man hingehen kann, die Leute machen das und habe dann auch genau das interessanterweise zum Geburtstag geschenkt bekommen von Freunden, bau deinen eigenen Ski. Und bin da hin und habe dann realisiert, okay, das ist meins. An sich war es gar nicht der Skibau, sondern Leute kommen zu dir, und da sind wir bei der Hütte und dem, was ich jetzt mache, Leute kommen zu dir und du kümmerst dich um sie, du gibst ihnen was Neues mit, in dem Sinne, da halt Skibau, weil da kenne ich mich aus. Und die gehen strahlen nach Hause, perfekt. Ja, gib mir selber was. Ohne zu übertreiben, aber sagen wir einfach mal, die Seele ist dann auch happy. Und dann habe ich die Ausbildung zum Skibautechniker gemacht, weil es war klar, zum einen kenne ich noch nicht viel, weiß noch nicht viel über Skibau. Und sage mal ganz salopp, die anderen, die das alle machen, kennen sich auch nicht aus. Die sagen zwar immer, wir waren Skitester, aber weil du ein Skitester bist, weißt du nichts über Skibau. Also, ja, nicht wirklich viel. Du bist dann einfach, du hast gehört, wie es läuft, du kennst die Materialien, du hörst raus, wie macht man das ein oder andere. Aber fundiertes Wissen ist nicht dabei. Und dann haben wir, also ich habe einen Partner gehabt damals, haben wir eine Lehre gemacht. Er mit 52, ich mit 42 damals schon. Und das war extra cool. Das war in Steyr, Oberösterreich. Da fährt man von uns aus 6, 7 Stunden hin. Lauter 15, 16-Jährige im Internat mit uns. Und klar, wir haben ein bisschen Sonderstatus gehabt. Wir haben auch ein Zimmer im Erdgeschoss bekommen, weil wir sind halt aus dem Fenster ausgestiegen, ein und raus, wie wir wollten. Manch ein Lehrer hat gemeint, er muss uns sagen, wie es läuft. Aber naja, da bist du dann schon zu alt und zu versiert. Da waren die Lehrer teilweise jünger wie mir, dass du dann sagst, ach Gott, bitte, bleib mal am Boden. Ja, und das war cool. Es war auch schön, auch zu sehen, wie ticken die jungen Leute. Teilweise habe ich es gar nicht verstanden. Du denkst, du bist jung und hip und cool und plötzlich denkst du, okay, ich verstehe es doch gar nicht mehr. Ja, es ist so. Und teilweise war es andersrum. Die haben uns angeschaut und gesagt, Mensch, was ist mit denen zwei los? Die sind echt schräg und cool. Also da war sicher beides dabei. Und das Erste war super, weil wir sind zwei offene Typen, wir haben mit jedem gequatscht und haben jeden gekannt und offene Ohren für jeden gehabt. Und haben dem einen oder anderen auch geholfen in Situationen, wo sie sonst vielleicht allein gewesen wären. War schön. Anstrengend für meine Familie. Definitiv. Die Frau zu Hause mit zwei Kindern. Es waren nur zehn Wochen jedes Jahr und dann halt noch so ein bisschen so Nebenerscheinungen. Das Anstrengendste war dann schlussendlich die Wintersaison, die die ersten zwei Jahre in St. Anton verbracht haben. Ja, da bist du einfach, weil man, der Kumpel von mir, mit dem ich das gescheit habe, der wohnt in St. Anton, ist natürlich ein weltklasse Skigebiet. Jeder kennt es. Dort sind verrückte Skifahrer, also einfach skiverrückte Leute, so muss man sagen. Es gibt die Skiverrückten und die verrückten Skifahrer, alle dort zu finden. Aber Skiverrückte sind einfach bereit, gutes Equipment zu gutem Geld zu kaufen, weil eine Handmacht der Skikosche Geld macht. Da steckt so viel Arbeit drin, man kann es sich nicht vorstellen, es klingt simpel. Aber um ein gutes Produkt zu machen, das dann auch fahrbar ist, schlussendlich, da steckt schon viel dahinter. Hätte ich mir nicht gedacht am Anfang. Hätte ich es gewusst, hätte ich es vielleicht lassen. Weil es ist viel, viel Know-how, sehr genaues Arbeiten. Oft sitze ich vor dem Programm und tue wegen Zehntel Millimeter hin und her, wo ich mir denke, macht es das noch aus? Ich kann es auch nicht sagen. Unsere Ski gehen gut, andere gehen nicht so gut. Ich sage jetzt mal die von denen, die zum Hoppyski bauen fast schon, aber Skifirmen schlagen wir nicht. Die haben eine Entwicklungsabteilung, die hat jahrzehntelange Erfahrung. Ich habe das Glück gehabt, dass ich den ehemaligen Entwicklungschef von Fischer kennengelernt habe. Der hat uns geholfen. Das war zu leere dazu noch, der Lotto-Sechser. Der hat uns noch so die kleinen Tücken, der hat uns noch drüber geholfen. Und auch, obwohl ich es jetzt schon ein bisschen mache, würde ich sagen, habe ich immer noch keine Ahnung davon. So blöd das klingt. Also, wenn du mit den Jungs redest, dann weißt du erst, wo es hingeht. Aber ist klar. In dem Sinn bin ich vielleicht noch der Lehrling. Ich backe heute auch noch kein Brot, wie es der Bäckermeister macht. Aber ich habe eine Produktlinie, die funktioniert. Ja, wäre auch irgendwie komisch, wenn man so komplexe Sachen so einfach oder so schnell lernen könnte oder wissen würde, wie so große Firmen, die haben ja jahrelange Erfahrung da drin. Also, da steckt ja schon viel Know-how dahinter. Aber vielleicht kannst du mal erzählen oder erklären, wie man den allgemeinen Ski herstellt oder baut oder was da für Materialien verwendet werden oder wie man da vorgeht. Ja, ich meine, es ist, oh je, wir sind jetzt, im ersten Interview haben wir über das Chalet aufgesprochen. Da habe ich schon viel erzählt, so locker von der Lippe. Aber zu dem Thema, ich könnte echt so viel erzählen und so viel Insiderwissen inzwischen. Ganz simpel. Ja, es fängt schon dabei an, versuchen, ein Buch über Skibau zu finden. Es gibt nichts. Also, die großen Firmen haben echt Know-how seit 40, 50, 100 Jahren. Je nachdem, wo die sind. Und du findest im Internet das eine oder andere, wo es so stimmt. Du hast einen Belag, du hast eine Kante. Die besten Ski haben dann schlüsseln einen Holzkern. Da gibt es verschiedene Materialien, von leicht bis schwer. Ja, auch dichte Härte dann schlussendlich. Du hast, also die Lehre machst du an der Kunststofftechnikerschule in Steyr. Ja, und das sagt schon viel aus. Also, es ist sehr viel Kunststoff drin. Vom Belag über die ganzen anderen Materialien, die Klebstoffe, die Oberflächen. Jeder Kunststoff hat so seine anderen Anforderungen an Verarbeitung. Und schlussendlich, wo wird es verwendet. Oben ein Polyamid, unten ein Polyethylen. Die dehnen sich ganz anders aus. Also, wir haben es damals ausgerechnet in der Schule. Ich glaube, du bist bei 1,8 Zentimeter gewesen in dem Ski, den wir uns ausgerechnet haben, wo sich die Materialien theoretisch, wenn sie nicht verklebt werden, anders ausdehnen. Bei Temperaturunterschieden. Du kommst aus dem Hotel raus, wo dein Ski bei 20 Grad drin steht. Und dann stellst du ihn raus und draußen hat es minus 15. Der hat nicht auf einen Schlag minus 15, aber irgendwann ist er kalt. Und dann, die Spannungen hast du im Ski. Und das, ja, da fängt es an, wie verklebe ich das Zeug, wo achte ich drauf. Und, äh, Holzkern. Also, ganz ein simpler Ski ist schlussendlich ein Belag, eine Kante, ein Fiberglas oben und unten, ein Holzkern und irgendeine Art von Oberfläche. Schlussendlich kannst du da rumspielen, dass du sagst, okay, ich nehme eine bedruckte Oberfläche. Ähm, ich nehme ein Holz von ihr. Es gibt Leute, die haben das Dirndl ihrer Schwester draufgepickt. Also, da kannst du alles Mögliche machen. Das Dirndl von der Schwester, das finde ich komisch. Ja, ja, nee. War auch nicht bei uns irgendwo so, habe ich bei einem anderen Typen gesehen. Aber ganz schön auch, wie gesagt, ich schaue ja gerne im Internet, was mache andere. Die sind so kreativ. Äh, jemand hat Zeitungsartikel, also nicht Zeitungsartikel, sondern hat einzelne Streifen zusammengeschnitten aus einer Serie von Comics aus der Zeitung, die ihm wohl dann gut gefallen haben. Und so Sachen finde ich echt cool. Die Kreativität, die da schlussendlich. Und das ist ja das, ich mache Ski, aber am schönsten ist, wie gesagt, vorher, ich habe gesagt, die Leute strahlen so, wenn du einen Skibaukurs hast, wo jemand zu dir kommt und zu einem eigenen Skibaukurs und dann die Kreativität zu sehen und die gehen strahlen nach Hause, das ist cool. Ich sage, der Unterschied liegt da sicher jetzt eben in dem Bereich, wer arbeitet, sehr professionell und bei wem kaufst du einen Ski, wo du dann schlussendlich gar nicht fahren kannst. Kommt oft genug vor. Da muss man echt aufpassen. Es gibt meiner Meinung nach eine gute Firma, hier in Tirol auch. Die sind echt gut und der Rest, da wäre ich vorsichtig. Das ist jetzt sehr, sehr, ja. Ich kenne die alle nicht persönlich, aber ich kenne die Produkte und höre auch von Leuten, die dort waren, dass es schlimm war. Ich habe zwei, drei Kurse besucht und habe Dinge gehört damals, wo man schon gedacht hat, das kann nicht stimmen, da habe ich noch gar keine Ausbildung angefangen gehabt. Das war einfach so eine Recherche schlussendlich zu dem Thema. Was machen die? Haben wir was übersehen? Machen wir echt das Richtige? Und ja, muss ich aber ein bisschen schauen, was läuft da. Und wie gehst du jetzt vor bei deinem Unternehmen Mavis Skis? Wie spricht man es überhaupt aus? Das ist spannend. Ich habe viele Freunde in Amerika, die sagen, oh, Mavis Skis. Und wenn du es auf Deutsch sagst, das sind Emanuels Visionen, also Mavis Skis. So simpel. Dann komme ich einfach zu dir und sage, ich hätte gerne einen Ski und baue mir einen. Ich hätte gerne das und das Muster. Oder brauchst du noch irgendwelche Daten von mir? Ja, jetzt im Endeffekt habe ich eine Produktlinie, wo du dir einen aussuchen kannst, wie bei anderen Firmen. Da sagst du, okay, du möchtest den Ski in der Länge. Mit deiner Oberfläche. Also man könnte ja mal wirklich über die Internetseite so bestellen und sagen, den will ich. Und dann, ja, baue ich den und schicke ihm den zu. Die andere Variante ist eben, das Ski selber zu bauen, wo du zu mir kommst und mir im Vornherein schon mal ausmachen, okay, wie groß bist du? Wie schwer? Und dass man schon mal, es gibt so gewisse Eckdaten, die man abfragen, also die abfragen und sagen, okay, dass wir schon mal den richtigen Ski treffen. Weil ich bereite für den Kurs alles Mögliche schon vor. Der Belag ist gefräst. Der Holzkern ist gefräst. Du darfst ja noch gewisse Dinge selber machen. Wir haben es runtergebrochen. Damals mit der ersten Firma auf weniger Arbeitsschritte wie in anderen Kursen. Wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht rein nur den Kurs haben, dass du lernst, wie du uns selber einen Ski bauen kannst. So wird es oft verkauft. Sondern wir wollen, dass du das beste Produkt mit nach Hause nimmst. Weil du zahlst doch dann schnell mal 1200, 1300 Euro für den Kurs, wenn dann alles dabei ist. und dann gehst du nach Hause mit einem Ski, den du nicht fahren darfst. Offiziell. Und ich habe dann gesagt, nein, also das Risiko nehmen wir auf. Und das ist immer eine rechtliche Geschichte. Ich wollte gerade fragen, gibt es da einen TÜV? Also bei Fahrzeugen gibt es da einen TÜV? Oder wieso darf man den nicht dann fahren? Nein, das ist eine rechtliche Absicherung. In den AGB steht drin, okay, der Ski, den du im Kurs baust, den darfst du nicht zum Skifahren benutzen. Der ist nicht gedacht zum Skifahren. Wir haben das am Anfang auch so geschrieben. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, was aktuell drin steht. Ich sage halt, okay, der Ski, den du bei mir baust, der funktioniert. Der ist wirklich in Ordnung. Die Fehlerquelle bist anschlussend du selber. Das muss ich schon sagen. Wenn ich ihn baue, dann ist es mein Risiko als Unternehmer. Wenn ich den mit dir baue, dann bist du sozusagen die Fehlerquelle. Da kann immer was passieren. Wir haben mal zum Herzeigen, was passieren kann, verschiedene Dinge eingeklebt. Einfach mal einen Stift in den Ski eingeklebt. Wir haben gesagt, schaut, das sind die Fehlerquellen. Dann lachen halt die Leute. Aber einfach zum Zeigen, es kann alles Mögliche dir runterfallen, reinfallen. Du kannst mal mit fettigen Händen, weil du vorhin Wurstsemmel gegessen hast, über deinen Belag drüber fahren. Dann delaminiert der, der hält nicht mehr. Und da ist einfach, wo ich sage, okay, 100%ig kannst du es einfach nicht garantieren, wenn du das machst. Das würde bei Vue öfters mal passieren, weil der isst öfters mal ein Wurstsemmel. Alles klar, alles klar. Sollte bei Öffnig sein, bäschge Kumpel da, einfach mal fertig machen. Tschüss. Wenn ich jetzt mit meinen 1,73 und ich habe mich letzt echt erschrocken, ich wiege 82 Kilo, zu dir komme. Nee, aber bei 1,73, wie hoch muss denn mein Ski sein? Muss der größer sein als ich? Ist das dann perfekt? Nein. Generell sagen wir einfach mal Anwendungsgebiet. Ob du jetzt auf der Piste fährst oder... Tiefschnee will ich fahren. Ja, ja. Wasserski bau ich gerade. Ach, ihr geht's doch nach Hause, oder? Nee, Piste, Off-Piste, also Tiefschnee fahren, das sind zwei ganz andere Dinge. Tiefschnee hast du einen kürzeren Ski, natürlich viel schmäler, als du jetzt oft bist. Du hast einen richtigen dicken Ski, der auch länger ist, dass du den Auftrieb hast. Und die erste Frage ist mal schlussendlich Anwendungsgebiet, Größe, Gewicht. Viele fragen dann ab, wie gut fährst du? Das macht schon auch was aus, definitiv. Wo du fährst, ist für mich gar nicht so wichtig. Ob du das jetzt in Nordamerika oder hier oder dort. So genau triffst du es nicht. Ich kenne jetzt nicht die Anforderungen für Lake Tahoe in Kalifornien. Muss der Ski da so oder so speziell sein? Das ist totaler Quatsch. Also da muss ich, ich weiß nicht, wer das Wissen haben sollte oder kann. Ein Ski funktioniert dann schlussendlich auf jeder Piste hoffentlich. Man muss halt selber auffahren können. Ich fahre zum Beispiel Snowboard, aber ich gucke einfach nur, wie ich vom Berg runter komme, also auch nicht gut. Ich kenne das, ich bin Surfer, Wellenreiter, aber genauso wie du Snowboardest wahrscheinlich. Also ich bin etliche Winter immer nach Kalifornien oder Bali geflogen zum Surfen und habe dann auch schon die Welle erwischt und so, aber das ist halt einmal im Jahr. Als Lokal gehe ich jeden Tag Skifahren oder jeden dritten, vierten. Und ein Gast kommt zu uns einmal im Jahr, vielleicht zweimal. Es gibt nicht auch andere, aber das war es dann schon. Dass da Unterschiede da sind, ist ganz klar. Sehr gut. Hast du noch was, Jun? Ich habe meine Fragen alle losbekommen. Weil ich habe tatsächlich noch drei kurze Fragen. Ah, okay. Da bitte ich dich aber darum, schnell zu antworten. Also nicht lange zu überlegen und das, was dir als erstes in den Kopf schießt, zu beantworten. Also Sommer oder Winter? Oh Gott, jetzt hast du, ja, Sommer. Sommer? Also du magst mehr einen Sommer als einen Winter? Keine Ahnung, wieso. Eigentlich hätte ich sofort müssen Winter sagen. Ja, inzwischen mit den Kindern, wir fahren viele Winter Ski, aber im Sommer jetzt Skateboard fahren, das ist extrem cool. Ja, und auch vielleicht im Sommer, weil du vorhin gesagt hast, Grillen und so, da kann man dann vielleicht doch auch mal abends länger draußen sitzen bleiben. Ja, aber ich habe jetzt gesagt, nein, ich spiele mir Tennis miteinander, ich und der Kleine und ich bin so richtig, ich habe immer gesagt, ich bin der Wintermensch, das ist auch so. Ich mache es lieber kühl als wie warm. Ich habe früher Igluder in der Schweiz gebaut, da ist es immer eiskalt gewesen. Ich liebe den Winter, aber jetzt spannend. Erste Antwort war Sommer. Sehr gut. Zweite Frage. Ski oder Snowboard? Ach, Ski. Ja? Ja, ich bin 20 Jahre Snowboard gefahren, ich würde jetzt mal sagen, extrem gut und viel. Teilweise 100, 120 Tage im Winter. und habe verschiedene Contests mitgemacht. Ich war jetzt kein Profi oder irgendwas, aber ich habe einfach Spaß daran gehabt und war schon, wie sagt man, Competition. Einfach so ein bisschen, es war nie, es war nie nur zu Spaß, sondern es war, also, was man wieder sagen soll. Ich wollte halt, nein, ich wollte halt gut sein. Sagen wir einfach mal so, also die gewissen Tricks will ich können und so Sachen und habe mir die Schulter kaputt gemacht. Und da war für mich, habe ich dann irgendwann zwei Dinge, die Schulter, nach der OP, habe ich gesagt, Mensch, ich merke, die Bewegung beim Snowboarden tun mir nicht gut und so weiter habe ich gesagt, dass der Roller, der nicht Skifahren kann, ist auch traurig. Ich habe das Kind Skifahren gelernt, der Opa hat einen eigenen Skilift gehabt, bei uns hinterm Haus, so ein kleiner Lift mit Seil und Knopf dran, wo man sich hochziehen lässt und wir sind echt immer nur gerade runter, Harakiri, unten eine Linkskurve, ich glaube, rechts habe ich gar nicht gekannt. Also mein Opa hat sich immer aufgeregt, Mensch Jungs, wir müssen auch Kurven machen. Und dann war ich in Stuttgart, sieben Jahre, da fährst du nicht Ski. Nö, tote Hose. Also wir waren einmal auf der Alp, langlaufen und Skifahren mit der Schule damals auch und da habe ich dann gemerkt, oh, du kannst gar nicht Skifahren, die haben ja alle ausgelacht, die Stuttgarter. Hi, du bist der Tiroler und dann ja eben dann irgendwie mit 20, was war das, mit 34, habe ich gesagt, nee, mach einen Skilehrer. Weil die einfachste Art Skifahren zu lernen und gut zu lernen und billig ist fast schon, würde ich sagen, der Skilehrer, der Anwärter. Das weiß bloß keiner, weil wenn du zu uns jetzt eine Woche in den Skikurs gehst, das kostet eine Stange Geld und dann kannst du vielleicht Skifahren, aber einen Skianwärter kannst du wirklich, also ich habe es oft genug gelernt, erlebt, da waren einige Holländer und Belgier da, die können nicht Skifahren am Anfang. Nach einer Woche können die perfekt die Schule fahren und gehen dann, haben dann eine Ausbildung sozusagen und gehen dann eine Saison-Winter-Ski fahren und Skilehrer machen und dann können sie sich und ja, das waren die zwei Dinge, die Schulter und auf der anderen Seite, ich möchte wieder Skifahren können und wir sind immer langweilig vorgekommen, ich habe es noch kann ich mir vorstellen mit den blöden Stecken in der Hand, es wird ganz normal und ohne fahren ist echt blöd und mit den eben mit den Ski, mit der Technik heute, das kannst du nicht vergleichen wie zu früher, das ist echt der Hammer. Ich würde sagen, wenn du mich so fragst, ich fahre lieber nach Snowboard, weil da kann ich rumspringen und das Gefühl ist echt der Hammer, aber ich mache es nicht mehr eigentlich. Ich erzähle auch kurz gezögert, ich habe es gemerkt. Ich erzähle auch immer so schön, wenn es tiefschneer hat, nehme ich lieber Snowboard, stimmt an sich schon, aber ich mache es nicht mehr. Im Moment habe ich noch keins. Ich habe jahrelang zwei Snowboards rumlinken, die waren irgendwann so geschrottet, da habe ich gesagt, weg damit und bin zu geizig, mir selber eins zu bauen oder zu geizig, eins zu kaufen und zu faul eins selber zu bauen. Sehr gut. Jetzt habe ich noch die dritte Frage, wird spannend. War es die super schnell beantwortet? Ja, hat gepasst. Geht um den ersten Moment, jetzt schauen wir mal. Erste Moment. Schauen wir mal, ob du mich noch mal triffst. Jetzt Achtung, ist ein bisschen länger die Frage. Mit der Gondel vom Berg oder Talabfahrt? Mit der Gondel, nein, Talabfahrt. Entschuldige. Das war der Test, ob du wirklich dich mit Skiern und Snowboard und Winter auskennst. Aber du hast bestanden. Ich habe jetzt müssen kurz nachdenken, was will er denn von mir? Ja, weißt du, das war so mit der Gondel auf dem Berg oder mit den Tourenschinen. Das war so mein Erstergang, das fragt er jetzt. Und dann bin ich zu faul. Früher bin ich viel Touren gegangen, im Moment nicht so viel, aber ich möchte wieder mehr, weil ich habe mir das so schön vorgestellt, jetzt arbeite ich hier im Chalet auf und der Lift ist 200 Meter weg, mittags Pause, zwei Stunden gehe ich Skifahren. Schauen wir mal, ob ich das den Winter hinkriege. Schön. Ja. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, Manuel. Vielen Dank. Ja, wir sind schon durch. Es hat mega Spaß gemacht, es hat auch mega Spaß gemacht, hier zu sein. Wir sind jetzt noch zwei Tage da. Wir freuen uns, wenn wir dir nochmal über den Weg laufen können, dann winken wir uns zu. Wir laden dich gerne auch mal zum Grillmorgen ein, wenn du willst, komm vorbei. Ja, was haben wir morgen? Ja, kriegen wir hin. Sehr gut, reden wir nochmal drüber. Ja, machen wir. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ja, danke, dass ihr mir zugehört habt und ich finde es schön, dass die Jungs aus der Gegend Stuttgart sind, wo ich auch eine Zeit lang aufgewachsen bin, erinnert mich immer an Äffle und Pferde und die Stuttgarter Kickers.